Das ist kaputt. Okay, Angriff! Danke! Hallo! Mit so vielen haben mich nicht gerechnet, ich hab gerechnet, dass hier noch eine... Danke! Das war so notwendig! Kräft ihn! Kräft ihn! Kräft ihn! Kräft ihn! Danke! Noch einer! Stirb! Danke! Das bist du! Oh, normal! Hallo Ratte! Hallo Ratte! Hallo Ratte! Du sitzt wie eine Ratte in der Volle! Oh Gott! Vergesst, dass ich das gesagt hab! Bitte! Okay, das was wir haben... Oh Gott! Jemand sollte echt diese Misthaufen ergreifen! Blau! Ganz mal! Und nochmal blau! Ja, da sind jetzt noch Gegner! Ach, probieren wir's! Oh Gott, das sind viele! Warte! Fledermaus! Eine... Inferno Fledermaus! Eine... Inferno Fledermaus! Okay... Verheirate! Sterb! Danke! Keine Koblenz mehr! Keine Koblenz mehr! Kräft! 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 Danke! Was bist du? Oh! Und geschafft! Oh, hallo! Plattenrüstung! Purple! Was hab ich gesagt? Speed! Kelch! Kelch! Klap! Was ist denn hier? Brot! Was für ein riesiger Kamin mit einem winzig kleinen Feuer! Oh! Essen! Omnumnum! Wissen wir! Blau! Okay! Okay! Das war's eigentlich so ziemlich! Wir haben unser Schloss gesäubert! Naja, fast! Wir müssen nur noch die Misthaufen wegbringen! Ach! Misthaufen! Okay! Verlassen wir Castle Harmondale! Sehen wir uns selbst in Harmondale! Was haben wir hier? Ich muss mich selbst erst zurechtfinden! Eine... Hallo! Oh! Bogen Großmeister! Du kannst Meister... Das ist eine Quest! Eine... ähm... Beförderungsquest! Die ich allerdings erst später machen kann! Spirit Guard! Die habe ich schon! Du bist ein Experte der Spirit-Höllen-Magie! Du bist wahrscheinlich Body! Ja! Das habe ich auch schon! Hier haben wir eine Kirche! Falls wir uns heilen müssen! Hier ist mir egal! Was ist das? Ach so! Bounty! Ähm... Erdgilde! Wobei ich das ziemlich cool finde, dass die Erdgilde in dem Berg angearbeitet ist! Finde ich voll cool! Was haben wir hier? Wasser! Wasser... Aber... Bin ich überall nicht Mitglied! Was haben wir hier? Nein! 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 Ich muss mich erst zurechtfinden! Oh Gott! So lange hier! Hallo! Stab-Experte! Leder-Experte! Außerdem! Wenn ihr... Das ist immer der Leder-Experte! Und wenn ihr den Namen hier unten klickt, das ist immer der Meister! Der Meister-Lehrer lebt in Niger! Und das schreibt ihr! Das wird doch auch geschrieben in euren Notizen! Also wenn ihr Stab-Experte ist, ihr hier! Nur die Experten müsst ihr selbst finden! Ähm... Was ist das? Ah... Fire-Magic! EINE QUEST! Mein Bruder Elrann war ein Archimage-Player! Ach ja! Oh mein Gott! Die geilste Quest in diesem Spiel! Ähm... Ah nein, das ist eigentlich gar nicht diese... Also es ist ähnlich! Ähm... Archimage, müsst ihr wissen, ist ein Spiel! Ein... Ein Mini-Spiel in Might & Magic 7! Es ist eine Art Kartenspiel, aber... Naja, nicht wirklich! Es beruht größtenteils auf Glück! Aber es ist einfach nur geil! Und ich habe es bis zum geht nicht mehr gespielt! Und unsere Aufgabe ist es jetzt erst mal ein... Deck! Äh... Also herauszufinden, was aus dem Archimage-Player... Darin... Darin's Brewer besser gesagt! Er ist in den White-Cliff-Case verschwunden und wir müssen jetzt sein Archimage-Deck... Also sein Kartendeck zurückbringen! Was ist denn hier anders? Interessant auch, wie die Sonne ist! Wir haben wieder Hufeisen! Diesmal sogar drei Hufeisen! Wow! Sehr viele Pilze! Was haben wir hier? Rüstung... Ist hier noch was? Fahrgelde bin ich schon! Luft bin ich schon! Okay! Das was hier ist eigentlich nichts mehr! Dann sehen wir uns mal in den Tavernum! Komm hin! Kann ich eigentlich schon spielen? Nein! Ich kann nicht spielen, da ich noch kein Deck habe! Komm hin! Komm hin! Hier ist der Butler! Hey du! Ich hab die Goblins verjagt! Oh! Dem Himmel sei Dank! Ihr habt sie vertrieben! Ähm... Jetzt müssen wir einen Weg finden, das Schloss aufzuräumen und den Schaden zu reparieren! Äh... Die einzigen Leute, an die ich denken kann, sind die Zwerge in Stone City! Also müssen wir die Zwerge finden! Und was hast du zu sagen? Du hast eine Quest! Achso! Wir sollen seinen Siegelring von ein paar Banditen zurückbekommen! Ah ja, das war eine Scheiß-Quest! Gut, was haben wir noch hier? Ist hier eigentlich... Irgendwo was noch? Interessantes? Du brauchst eine neue Wege? Oh! Oh! Ja! Ja! Das wäre vielleicht noch interessant! Ich sehe was du willst? Chain! Du kriegst Chain! Du kriegst Chain! Soll ich dir 8 Chain geben? Eigentlich will ich warten bis du Platten nernst! Ich hab nur eine Rest, oder? Ich brauch dir noch eine? Ah... Das geht sich noch aus! Hier... Und... Hier... So! Hast du jetzt schon was noch? Nein! Hier ist es! Hm... Okay! Ah! Muss mich jetzt zurechtfinden! Ah! So lange her! Ah! Muss... Erinnern! Ah! Bin verwirrt! Ah! Auch nicht sehr! Das geht! Gib mir das den Blick! Was ist denn das eigentlich für ein Haus da oben, das ich da vorhin gesehen habe? Da ist, glaube ich, ein Großmeister drin? Vielleicht? Fragezeichen? Möglicherweise? Was ist denn das? Oh! Wie süß! Eine Hütte! Ah! Und du bist... Ah! Gut! Euch brauche ich eigentlich nicht, da ich je neuer Fallenen Chef-Experte werden kann! Du bist Wasser-Magik-Raus-Meister? Gut zu wissen! Jaja... Okay... Was machen wir jetzt? Ähm... Wir haben noch etwas Zeit... Gehen wir... Goblin-Schnetzeln, oder? Wo kann ich hinreiten? Wo kann ich hinreiten? In die Arena? Nein! Oh! Ich habe kein Gold! Oh mein Gott! Das ist nicht gut! Na gut! Hallo! Du bist, glaube ich... Du bist, glaube ich...